Der Dennis-Kanal Der beste Film der West, für den Fassende Forrios. Ey, pass auf hier, ich hab Geld. Tu das nicht, Junge, sagt er zu dem, so. Ey, du hast ein Mütze auf und ich bin total cool. Und er sagt, wotah, hat er die Masse, hat er. Was ist da? Kasselü! Boah, korrekt. Hä? Wo waren da ein Anschlussfehler? Wir achten auf... Auf den jungen Mann aus China. Hemd. Der hat ein Hemd auch an, ne? Huch. Gar nicht. Ich mein, der Film hat ja nichts gekostet, die paar hundert Millionen Euro. So, ne? Guck mal. Vor allem, wie er guckt. Ist das überhaupt der gleiche Darsteller? Wir haben noch ein Beispiel. So, kein Hose. So, jetzt riecht er sich gleich voll auf. Er hat keinen Hose an. Er hat keinen Hose an. Er hat keinen Hose an. Doch, er hat ne Hose an. Ja, so ne?